Hallo liebe Spreeparkfreunde, ich bin jetzt eine Woche vor der Veranstaltung schon mal im Besucherzentrum des Berliner DDR-Museums. Ich wollte mir schon mal ein bisschen die Örtlichkeiten hier anschauen. An dem schönen Pult werde ich nächste Woche Donnerstag den Vortrag über die Geschichte, die Erinnerung des VEB-Kulturparks, den späteren Spreepark halten. Diese Plätze gilt es zu füllen. Über euer Kommen würde ich mich sehr freuen. Der Eintritt hier zu der Veranstaltung im Besucherzentrum des Berliner DDR-Museums ist sogar kostenlos und ich bin schon in der Endphase der Vorbereitung und ich habe wirklich viele tolle Sachen rausgesucht. Wenn ihr also denkt, ihr wart schon mal bei einer Führung, ich brauche nicht unbedingt zu dem Vortrag kommen, habt ihr euch geirrt. Es wird eine Ergänzung zu der Führung sein. Es geht also weniger um das Aktuelle und die Zukunft, sondern mehr um die Erinnerung. Ich habe also viele schöne alte Fotos rausgesucht, tolle Fundstücke, tolle alte Pläne und Karten. Kommt also mal vorbei. Es wird wirklich ein sehr informativer, sehr interessanter Abend. Alle Informationen zu der Veranstaltung, wann es losgeht, wo es stattfindet und so weiter, findet ihr auf dem Link hier bei dem Video. Und teilt es, sagt euren Freunden Bescheid. Ich würde mich über euer Allerkommen sehr freuen. Bis demnächst. Amen.